Drei Kinder-Serien, die ich früher echt gefeiert habe. Part 2 Nummer 1 Teenage Mutant Ninja Turtles Kennt man, oder? Das sind so vier Schildkröten, die mit ihren Ninja-Skills die Bösen bekämpfen und sich gerne Pizza reinschieben, vor allem Mikey. Aber welcher Turtle war euer Favorit? Nummer 2 Johnny Test Kennt man die Serie überhaupt noch? Also ich hab die auf jeden Fall immer gefühlt, aber dieser Bling-Bling-Boy war ja immer stressig. Hallo Johnny, ich bin der Bling-Bling-Boy. Ich susen da? Nummer 3 Spongebob Schwammkopf Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Es ist einfach eine der besten Serien. Wobei die alten Folgen besser waren, naja. Abonnier jetzt für mehr Shorts.